Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Lands, Mistakes of the Past. Schön, wie das momentan nicht klappt mit dem Ansagen. Wir gehen hier hin. Hä? Hä? Äh, erstens Zitrone. Ja. Zweitens Rüben. Ja, ich glaub schon. Drittens Zwiebeln. Ach! Die soll ich füllen? Äh, ich hab doch gar nicht drauf geklickt. Ja, ich glaub zumindest, dass ich sie füllen muss. Ich hätte erstmal einen Gegenstand, den ich mitnehmen kann. Okay, das ist ein Stiel. Vielleicht ist etwas in dem Fass. Ich muss den Korken herausziehen. Der Stiel kommt bestimmt hier rein. Nee, hier rein. Äh, ich muss etwas Erde aus dem Weg schaffen. Aber das geht hiermit nicht. Okay. Was fang ich denn mit der Hake an? Ah, hier haben wir schon mal Rosmarin. Das wäre dann die 8. Also, warte mal, was ist denn die 8? In der Mitte ganz rechts. Das hätte ich eigentlich gar nicht gucken brauchen, unbedingt, ne? Glaub ich zumindest. Mach ich denn mit der Rand? Ne. Was mach ich denn mit der Hake? Garantiert nicht den Korken ziehen. Hm. Oh nein, das ist so ein Schiebeding. Aber da fehlt was. Hier ist so eine Sensor. Tja. Nee. Wir hier, wir würden auch noch einen Korkenzieher finden. Also kann das auf gar keinen Fall sein. Was ich nicht verstehe, ist... Äh, hier, dafür vielleicht. Ja, ich hab nix. Meinst du zur Info? Nein. Hier sind doch genug Gefäße. Nimm doch einfach irgendetwas. Ah! Mein Gott. Ach, ist das denn ernst? Ist das dein Ernst? Achso, nee. Fängt ja wieder an derselben Stelle an. Wieso geht denn das hier nicht mit der Hake? Ne, ich hab keine Chance. Was kann ich denn mit der Hake machen? Das ist ja auch Quatsch. Ich glaub, das ist auch Quatsch. Irgendwas seh ich gerade nicht. Ja. Irgendwas muss ich hier noch nehmen können. Aber was? Ich hab bis jetzt nur die Hake. Was mach ich mit der Hake? Kann ich hier irgendwo ran? Hä? Warum sollte ich hier was haben? Macht ja gar keinen Sinn. Ach, Leute. Ach, Leute. Ne. Das ist mir klar. Dafür brauchen wir ein Gefäß. Ich find nur leider gerade gar kein Gefäß. Hab ich irgendwo was übersehen? Irgendwas, wo man hier... Nee. Da kann ich auch nicht mal ran. Also wird da auch nix... nix sein. Hier ist auch nix, was ich nehmen könnte. Nein, das Salz. Das kommt in so ein längliches Gefäß rein. Irgendwas seh ich gerade nicht. Ich weiß noch nicht, was? Ach, Mann. Ich muss ja nicht immer rein und raus. Ich muss es dann ja wie jetzt nicht von vorne machen. Was mache ich gerade falsch? Also eigentlich gehen diese Rätsel immer relativ schnell. Ja, aber dann mach es doch einfach. Ich mein, mit der Hake geht das doch auch. Ich verstehe gerade nicht. Hierfür muss ich noch was finden. Das ist, glaube ich, das Teil hier. So, ich brauche ein Gefäß für das Salz. Aber sie nimmt auch gerade nichts mehr auf. Ich drücke wie eine Irre hier. Ja, sorry. Also doch. Das macht sie ja nicht. Ach komm. Ernsthaft. Habe ich nicht richtig geklickt, ja? Okay. Ja, habe ich mir eben schon gedacht, dass das mit der Hake weggemacht wird, aber... Ah, naja, was soll's. Gut. Wir haben den Knoblauch. Ah, lecker. Ach, das geht nicht. Hey, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht gar nicht. Das ist ja hässlich. Vielleicht bin ich ein bisschen... Ah! Das geht überhaupt nicht. Äh. Warte mal. Ich weiß es auch nicht. Aha. Gut, hier kann dann das Salz rein. Gut. Das Salz kommt hier hin. Der Rest kommt da hin. Pox mit Essen. Ne, voilà. Okay. Ähm. Ja, hier komme ich gerade irgendwie noch nicht ran, ne? Ich habe hier zwar einen Schlüssel, wofür... Ich kann auch gerade gar nichts machen. Ne, das ist ja das Gift für Dings. Die Box mit Essen brauchen wir auch für... Alles klar. Oh, ich hoffe, sie hatte das nicht gesagt. Dann habe ich es vergessen. Also. Ich fand ja vorher sah sie besser aus. Aber naja gut. Das ist jetzt ja gerade nicht so wichtig. Sammel alle Kleidungstücke was? Lass ich jetzt hier Kleidung zusammenstellen? Ich gehe davon aus, das kommt hier hin. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Oder? Oh Gott. So zur fetzte Hose wird es wohl nicht sein. Und das hier wird wohl eher da hinkommen. Und das hier hier hin. So, jetzt mal ein Stück auf die Deckung. Okay. Wir werden sehen. Äh, der rote Pfeil hier hin. Soll ich hier anfangen? Äh, ich muss einen Büffel... Ach ja, genau. Der Büffel, der war ja hier. Na? Ein Schätzchen. Äh, wie befreie ich ihn denn daraus? Nein. Ja, ich mach ja schon. Wo ist denn das Geschirr? Komm. Der Büffel will hier nicht weg. Ich muss ihn mit etwas Leckerem anlocken. Magst du einen Apfel? Was war denn das? Haha. Okay. Ähm. Wieder hier zurück. Los. Äh, ja. Natürlich. Da, bitteschön. Ich hab ja ein bisschen Angst. Hier? Die Tore sind geschlossen. Da gibt's kein Schloss. Wie öffnet man sie? Das weiß ich nicht. Meine liebe Susan, das weiß ich nicht. Äh. Was haben wir denn hier noch? Da ist kein Wasser im Brunnen. Da gibt's ein Zeichen. Hm, das ist eine interessante Zeichnung. Es scheint, als ob sich die Federn in bestimmten Positionen befinden. Und ich muss mich daran nur für... Was? Ich muss mich daran nur für den Fall. Okay. Wie auch immer. Das ist ein interessanter Brunnen. Guck mal, wie das hier geht. Mit den Stufen. Das ist wirklich sehr... Mysteriös hat er gerade oben. Ich hab was gefunden. Ach! Danke! Cool. Ja. Das Spiel mag Pilze. Was soll ich hier mit anfangen? Essen. Nein. Da muss ich wahrscheinlich noch gar nichts mit anfangen. Soll ich euch pflücken? Hm. Vielleicht später. Hm. Rezeptbuch. Oh. Sieht aus wie ein Wassertank und scheint wehrend zu sein. Echt jetzt? Ein Zahlenschloss? Kann nur so viel raus. Wahrscheinlich ist es der Ort für die Beheizung des Wassertanks. Ich hab noch was gefunden. Ja gut, ne? Was für das? Ähm. Ja, da kann ich ran. Da kann ich immer noch nicht viel machen mit dem Kuh. Kann ich wahrscheinlich... Ach! Guck an. Äh, ich hab immer noch nicht das genaue Menü für heute Abend herausgefunden. Okay, will sie nicht ran. Dann gehen wir hier erstmal weiter. Der Eingang zum Turm öffnet sich mit einem Stempel in Form einer Hand. Das hört sich nicht. Ne, hier fühl ich ja auch was. Könnte daran liegen. Ah! Wesäge den roten Chip. Der rote Chip darf nicht neben dem blauen stehen bleiben. I. Hahaha. Sehr lustig. Ach, die kann ich auch verschieben? Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das ist aber eine blöde Stelle hier. Ne, das geht nicht. Und auch das geht nicht, weil er wird dann hier... Naja, okay. Oder... Äh, ja. Wie löse ich denn da... Oh! Autsch. Okay. 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 Er muss hier rein, ne? Das ist eine Sackkasse. Mhm. Alles klar. Hm, hier ist aber noch was. Ah! Soup? Äh, 2388... Ah, ja, okay. Ist gut. Gehen wir da noch rein? Ah! You're the new cook. You will obey me. I am the counselor to the royal household. None of the servants can speak directly to the lord. That's what I am here for. Soon Lord Mary. We will wish to feast. So you have to prepare everything to the highest standard. That's the only way I work my lord. Silence! You will only speak when I ask you a question. Understood? Yes, my lord. So, in the castle's hall, in case you haven't noticed, there is an orders table. There you will find a menu for tonight. After you prepare the right meal, it must be served on a special trolley. You will find it in the kitchen. It should have everything that's necessary to lay the table. A tablecloth, cutlery, utensils, napkins, and wine. Any questions? What do I do after I prepare the food? You bring it on the trolley here and lay the table. Then you have to attach a meal invitation notice to the rope and send it up. It will get into the lord's chamber and inform him that it's meal time. Understood? Yes, counselor. Now get busy! Cook! I have to go out on an errand. Make sure not to poison our lord. Hmm. Yeah, is good. Mach ich nicht. Was gibt's denn hier? Äh, was ist denn das? Ah! Nein! Aber noch nicht! Ach, das sind die... Alles klar! Oh Gott! Das habe ich eben gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich lasse mir eben die Finger von dem Raum hier. Ah! Ah! So. Wir brauchen... Äh... Hauptgericht. Pilzsuppe. Wasser kochen, weiße Champignons hacken, Büffelmilch einfüllen, Kartoffeln hacken, Karotten hacken, Zwiebeln hacken, Knoblauch hacken, Rosmarin und... Salz... Würzen. Okay. Ähm... Geht man aus, da muss ich erstmal hier ran, ne? Ich brauche einen Korb um die Pilze... Ach so. Entschuldigung, ich hab keinen Korb. Ich hab ne Kanne. Kann ich mir da schon mal die Milch von holen? Also mit der Kanne? Ja, kann ich. Okay. Das ist sehr nett von dir. Äh... Worab ich denn einen Korb? Hier ist ein Korb. Den willst du wieder nicht, ne? Dann gucken wir... Was? Den haben wir doch gefunden! Ach so. Entschuldigung. Ja... Ist kompliziert. Den hatte ich jetzt auch noch so im Kopf. Ach Gott, und wer dreht einmal komplett rum? Okay. Okay. Äh... Sind das hier Steinpilze? Ach so. Okay. Entschuldigung. Äh... Was sind rote Pilze? Wo ist denn hier noch mehr? Hier hinter ist, glaube ich, noch einer. Ne, ich will nicht überspringen. Ich will nur die Pilze finden. Ah ja. Tuck. Ja, da wird tatsächlich noch einer gewesen. Äh... Ja, okay. Griff. Wozu denn dieser Griff? Ne? Warte mal. Hier nicht. Hm. Ne, das muss ich auch erst mal alles schnibbeln. Hä? Ich bin aber ein hilfloser Koch. Äh... Äh... Das ist schön, dass du das musst. Wo kriege ich denn das Geschirr her? Ja. Irgendwie kann ich ja nichts anfassen in der Küche. Schon doof, ne? Ja. Ja. Dieser Kristall ist derselbe wie der im Flurfenster. Ich brauche etwas, um ihn zu lösen. Nein, kein Griff. Ah! Wie unauffällig. Okay. Klicke in einer bestimmten Reihenfolge auf die Kristalle, klicke mit der Hand auf den Knopf und die Sequenz zu sehen. Bitte was? Hotel des Bruns. Sollte ich nicht kochen? Da ist noch was. Da ist auch noch was. Okay, dann gehen wir von mir aus zum Brunnen. Hä? Was? Ich versteh nur Bahnhof gerade. Ach. Alles klar. Äh, du musst die Federn in die richtige Position bringen. Du hast sie schon gesehen. Ja, gesehen ja, aber ich habe nicht darauf geachtet. Ist das hier irgendwo? Na gut, warte mal eben. Dann sind wir eben wieder raus. Aha, okay. Yay! Da kann ich mit dem Topf jetzt ja Wasser holen. Was? 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 Oder reicht das hier schon? Okay. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich rein, ne? Jetzt kann ich wahrscheinlich den Griff erst benutzen, da wir da jetzt rankommen. ich muss die ganzen Zutaten für die Suppe mitbringen, um mit dem Kochen zu beginnen. Achso. Hä? Ja. Okay. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden? Was? Geh doch einfach da rein. Sie ist schon etwas kompliziert, ne? Sie ist schon etwas kompliziert, ne? Also, ich meine, ganz ehrlich, welche Zutaten fehlen denn noch? Karotten. Ne, Karotten hatten wir doch hier drinnen, oder nicht? Ja, und selbst wenn. Hm. Und woanders können sie auch nicht hin, also müssen wir hier etwas machen. Das ist schon, also manchmal denkt man sich auch so, hm. Ich kann hier auch nichts mehr machen, außer hier raus. Naja, und hier muss ich halt rein. Ich verstehe nicht ganz, was sie mir gerade damit sagen möchte. Was soll ich tun? Tja, da ist ein Topf. Hast du sehr gut erkannt. Aber ich kann da nicht ran. Der Topf steht da drinnen. Hä? Was? Bin ich gerade verwirrt? Ich habe bestimmt irgendeine Kleinigkeit vergessen. Was soll ich machen? Ich habe doch alle Zutaten, oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Karotten habe. Karotten und Kartoffeln weiß ich nicht. Aber ich kann ja auch nirgendwo mehr ran, beziehungsweise hin. Es ist ja nur noch diese Stelle hier. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das muss ich ehrlich bestehen. Tischdecken will Madame ja auch nicht. Ja, aber wie gesagt, es gibt hier ja auch gar nichts zu tun. Ach, jetzt geht das wieder los. Jetzt hängt mir das wieder nicht an. Ja, manchmal. Ja. Ich habe noch einen Gegenstand gefunden. Toll, ne? Ne. Das kann ich noch nicht machen. Ist ja auch klar. Das Essen ist noch nicht fertig. Ist also logisch. Die Frage ist... Ich verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir möchte. Okay, ich würde sagen, ich beende hier. Und dann gucken wir im nächsten Part weiter. Da könnte ich auch nichts machen. Ich weiß halt auch nicht, was sie noch haben möchte. Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, was da in der Box alles drin war. Und Abdruck, den haben wir noch nicht. Definitiv. Haben wir den noch nicht. Jetzt kann ich hier noch irgendwie ran. Ich muss die ganzen Zutaten für die Suppe mitbringen. Ja, ist mir schon klar. Okay. Danke fürs Zusehen. Und wenn man mag, bis zum nächsten Mal. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier ansetzen soll. Hier war doch auch nichts mehr. Das ärgert mich jetzt. Das nervt mich. Weil ich... Ja, gerade nicht, wo weiß, wohin. Hier können wir überhaupt nicht mal ran. Ja. Warte mal. Erstens, Wasser kochen. Haben wir gemacht. Weiße Champignons. Ich muss nur die Zutaten sammeln, die auf dem Rezept sind. Muss auch passen, dass ich das richtige Pulver nicht vergesse. Oder muss ich hier irgendwas abmachen oder irgendwie so? Mann. Lass das Buch doch mal auf. Ich versteh das gerade nicht. Ich bin grad voll verzweifelt. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Beziehungsweise, es geht ja gar nichts. Also das Buch wird mir angezeigt, ja. Aber ich weiß nicht. Oder wenn ich so... Ach du meine Güte. Ja. Manchmal ist es auch... Da ist doch alles drin, oder? Salz. Ach ne, Salz war hier. Genau. Knoblauch. Und das Kartoffeln. Karotten. Zwiebeln. Wo war noch was? So. 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 Kannst du das jetzt schon untermischen? Alles klar. Oh mein Gott. Was für eine Geburt. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.